Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War 2, in der ich mich ganz kurz entschuldigen muss, dass gestern keine Folge kam, aber ich war unterwegs gewesen und hab dann erst gesehen, dass bei God of War bei der gestrigen Folge, die eigentlich hätte gestern kommen sollen, also bei dieser Folge, die jetzt erst heute kommt, ähm, ich kein Audio drin hatte. Ja, und ich musste es neu aufnehmen, weil es war auch in der Rohdatei kein Audio zu hören. Ich hab keine Ahnung, was das genau war. Ich weiß es nicht. Jetzt klappt es auf jeden Fall. Und jetzt können wir reingehen, gell? Jetzt können wir reingehen und wir sind, äh, bei den Ruinen der Vergessenheit unterwegs. Oh ja, und ich sehe schon, die haben richtig Spaß dahin. Oh, ein einsamer Spartaner kämpft da noch alleine vor sich hin. Ach Gottchen. Da wollen wir ihm nochmal helfen gehen, oder? Also, hoffe ich mal, dass wir ihm irgendwie zur Hilfe kommen können. Oh ja, schön. Natürlich dreht sich das wieder zurück. Sigi. Warte mal, ich drehe es mal weiter. Oder auch nicht. So was? Ihr könnt mich mal. Ah. Mit dem Hof habt ihr nicht gerechnet. So. Eben kurz aufgeräumt. Und weiter geht's. Drehen, 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 drehen. Ich drehe noch weiter, bis er uns schlägt. Nicht aufs Maul. Und weiter geht's. Hey, wieso habe ich keine roten Obst gekriegt? Was war das denn jetzt? Gleich ein. So, warte. Ciao. So. Wenn ich eh keine roten Obst kriege, dann kämpfe ich auch nicht gegen die. Sehe ich gar nicht. Oh, wir müssen da hin. Aber es ist zu. So stehe ich sonntags auch immer vor Riefe. So, brauchen wir irgendwas? Ne. Lass ich mal zu. Und hier müssen wir... Oh, mein Gott. Was ist das denn? Ach. So ein Viech. Au. Au, 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 au. Ruhige dich. Naja. Ruhige dich. Oh, fantastisch. Naja. Wunderbar. Zack. Auch nochmal. Zack. Und nochmal. Bam. Geil. Sehr gut. Okay. Wir holen uns erstmal Mahnhaar. Jawohl. Komm. Fantastisch. Und dann gehen wir nochmal hoch. Ähm. Achso. Ich dachte, wir sollen klettern. Na gut. Ah. Jetzt klettern wir. Okay. Runter. Huch. Runter, runter, runter. Ah ja. Ach guck mal, wir kriegen wieder Besuch. Mir lustig ist es im Außen wie die klettern, ne? Weg. Weg. Dieses Meuter, ne? Wir sehen. So. Wir kommen zu dem kämpfenden Spartaner, dem wir jetzt natürlich sofort helfen müssen. Ist doch klar. Hä? Willst du jetzt? Ich bin vorm Acker. Komm ich denn hier nochmal unter? Oh, warte mal. Wir kriegen Besuch von hinten. Aber. I don't care. Wie komm ich denn? Ah, mit R1. Okay. Oh. Er ist tot. Tja. Ärgerlich. Da waren wir wohl zu spät. Oh, guck mal. So eine Figur, wo wir die Zeit mit anhalten können. Wie ging das nochmal? Warte mal. Zwei, drei Tage her gewesen, die Aufnahme. Ne, das war es nicht. Oh, warte mal. Wie ging das nochmal mit diesem Auge? Oh, wir konnten da irgendwie... Wieso drücke ich die ganze Zeit falsch? Äh, warte mal. Hatten wir da nicht so eine... Ich dachte, wir hätten da so eine... so eine... nichts gehabt. So eine... So eine... Weil hier kommen wir ja nicht hoch, ne? Ne. Oh, das macht sogar Schaden. Achso. Hm. War das mit... Warte mal. Die beiden Knöpfe reindrücken. Ist das leider schon ein bisschen länger her, die letzte Aufnahme. weil ich glaube, war das R1, L1? Ah ja. Alles klar. Gut, gut. Nice. Oh. Hätte ich die Zeit vielleicht verlangsamt lassen sollen? Warte mal. Warte mal. Nice. Boah. Stimmt, wir haben ja diesen Hammer, ne? Von diesem Barbarenkönig bekommen. Ja, Mann. Oh, warte mal. Bams. Weg damit. Na, das reicht. Okay. Na, kommt. Geil. So, wo müssen wir denn jetzt? Ich würde das hier kaputt machen. Tja. Dachte ich mich. Wie du kannst denken, probier. Warte mal, warte mal. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss ganz schnell weg. Aber man nimmt die Punkte natürlich gern mit, aber es reicht jetzt auch. Also, weiter kaputt machen, okay. So. Okay, nice. Fantastisch. Ja, manchmal brauche ich so ein bisschen Denk anstoßen, ne? Das ist immer... Oh, wir können die kaputt machen, geil. Alle? Punkte, Punkte, Punkte. Klopp. Ähm, okay. Da geht's nicht weiter. Mana kriegen wir hier leider nicht. Also, gehen wir hier rein. Hui. Das sah ja lustig aus. Ich fahre jetzt übrigens immer noch, dass es hier so ein bisschen anderes Terrain gibt, wo wir uns bewegen, ne? Ich finde das übrigens nice. Ich gucke mal gerade, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Vielleicht eine Kiste? Ach, hier waren wir schon, ne? Ich verstehe. Ah, das ist das, was wir runtergeschoben haben. Okay. Okay. Warte, warte, warte. Das stellen wir mal hier hin. Da kommen wir aber jetzt nicht hoch, ne? Süße Indigite. Äh? Wollen wir das hier einmal... Wofür brauchen wir das eigentlich nochmal? Wollen wir das überhaupt? Kommen wir doch hier ganz einfach weiter, oder? Oder waren wir hier schon? Ne. Also, hier waren wir definitiv noch nicht. Hier im Dämpelche. Oh, hier waren wir doch schon. Wo habe ich jetzt scheiße gebaut? Warte mal. Ich kann mal so vergesslich sein. Ich meine, Leute, die mich hier abonniert haben, und das vielleicht auch sogar schon ein bisschen länger, die wissen das. Die sind sich dessen klar... Die sind sich dessen bewusst. Aber ich komme jetzt hier schon wieder raus, oder? Aus der Tür. Ja. Okay. Hä? Mach doch hoch jetzt. Junge. Sehr gut. Wir brauchen diese beiden... Ich versuche gerade herauszufinden, wofür wir die brauchen. Diese beiden Stadoweden. Wir brauchen die hier für irgendwo gebraucht, oder brauchen wir die hier unten? Die eine haben wir da oben runtergedrückt. Vielleicht müssen wir da hoch. Oder was? Nee. Ich bin verwirrt. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass wir die Dinger hier irgendwie hin und her schieben müssen. Keine Ahnung. Ich schiebe das mal noch da vielleicht. Kann man die nur so hin und her bewegen? Ich schiebe das mal da hin. Okay, das hat irgendwas ausgelöst. Irgendwas hat das... Ach. Ja, natürlich. Ja, ich weiß, wie sieht Kratos. Sigi. Ja, ja klar. Natürlich. Ich mein, wer konnte nicht damit rechnen? Oder? Klar. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Wie gesagt, sorry, dass es hier manchmal so ein bisschen... Aber ich... Ja. Nicht die hellste Kerze und so. Ihr wisst ja, ihr wisst halt. Lass die Wut der Titanen deine Klinge stärken, Kratos. Ja, ja. Kauft mir lieber mal ein neues Mikrofon. So von Shuro oder so, dass man sich besser hört. Ich bin nicht Shuro. So, was haben wir hier? Den nächsten... Mechanismus. Jo, der uns wehtut. Mechanisch. Gude. Oh. Oh, guten Tag. Ich töte dich. Gott des Krieges. Jason. Diese Bestie hat ihn. Unsere Männer sind tot. Jason hat das Vlies. Du musst ihn retten. Das Vlies ist der Schlüssel zu Medusas Tempel. Okay. Ja, jetzt beruhig dich mal, ne? Jetzt kommen wir mal runter, beruhigen uns mal alle und dann ziehen wir mal auf die... Ach, guck mal. Wurde eigentlich gerade mal... Warte mal. Gibt es hier... Gibt es hier... SFX-Lautstecke. Hier gibt es keine... Schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht, dass es hier Dingens gibt. Ähm... Untertitel. Gibt es aber leider nicht. Ja, sorry. Gibt leider keine Untertitel. Ich hätte es hier euch gerne gegeben, aber... Oh, verdrückt. Scheiße. Egal, kriegen wir so Platz. Ja. Siehste? Ja, nee. Also, ich würde euch gerne runtertitel anmachen, weil die... Weil die SFX teilweise echt leise ist, aber... Sorry, can nothing do about it. Oh, hier sind die Ische mit dem Gesichtstück. Scheiße. Okay, erstmal kurz checken, können wir uns hier nochmal irgendwo aufheelden oder so? Kommen wir hier rein? Können wir das kaputt machen? Nein. Wollen wir das überhaupt, ist die Frage. Ich glaube nicht. Oh, guck mal. Also müssen wir es vielleicht doch schon mal irgendwie kaputt machen. Aber jetzt holen wir uns erstmal Punkte. Geil. Okay. Jetzt natürlich trotzdem die Frage, wie kommen wir hier rein? Da ist noch eine Tür, aber wie kriegen wir diese Tür auf? Was können wir hier schon was tun? Hm. Können wir was vergessen? Oh, was können wir mit dem machen? Oh, aufheben schon wieder. Oh. Opfern wir den jetzt? Der hat Hilfe mir geschrieben. Sollten wir den wirklich opfern? Können wir den in das Maul da stecken? Hm. Frage ist... Oh, wow. Müssen wir den... Sollen wir den... Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Das ist halt... Ja. Oh, was soll ich dazu jetzt sagen? Das ist... Das er lebt eigentlich noch, aber... Naja. Oh, der sieht aber auch... Unruhig aus, der Bruder. Aber ich glaube, gegen den müssen wir jetzt kämpfen. Oh, schluck. Wir haben keine andere Wahl. Da gehen wir mal rein. Ehh. Ah. Oh, oh. Ich glaube, das wird ungemütlich. Ah? Was ist das? Das ist aber... Warte mal, ich habe noch den hier. Nein, warte mal, ich habe noch meinen Super Special. Warte mal. Keine Zwischendequenz. Oh, sie haben das goldene Vlies erhalten. Okay, das ging relativ schnell. Das goldene Vlies wirft feindliche Geschosse und Strahlen zurück, wenn vor dem Aufschlag L1 gedrückt wird. Okay. Oh, diese... Diese Superfähigkeit, diese Götterkraft da, die ist echt Gold wert, muss ich sagen, ne? Ich frage mich halt, spielen wir eigentlich auf einfach oder so? Weil das war jetzt schon sehr einfach. Spielen wir auf einfach? Weiß das einer? Über die Macht, Waffen abzuwählen und diese Weg, den Angreifer zu wenden. Alter. Geil. Okay, das ist cool. Na? Don't touch me, mate. Don't touch me. I'm untouchable. You know? I'm pretty good. Okay, das goldene Vlies haben wir jetzt schon mal. Wunderbar. Das heißt, wir können diese eine Tür da auch öffnen. Fantastisch. Ich hoffe, das stimmt jetzt hier, was ich mache, indem wir zurücklaufen. Ich glaube, das ist richtig. Und das heißt, wir können jetzt, wenn mich alles täuscht, können wir jetzt diese Tür aufmachen. Oh, was ist das da drüben? Was denn? Wo kommt denn jetzt diese laute Mucke? Okay. Ah ja. Gut. Wollte dich nochmal zu Wort melden. Ah, guck mal, ein Speicherpunkt. Bevor wir aber speichern, ähm, ganz kurz. Wir könnten Athenisklinge noch auf Stufe 4 bringen. Wir haben 10.000 von den Roten. Wir könnten den Barbarenhammer aber auch auf die nächste Stufe bringen. Wir haben 4, 5. Könnten wir mit 4, 5 mal 2, könnten wir dann noch was bringen? 15.000. Mama. 12.500. Puh. Erhöhter Schaden. Boah, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Stufe 1. Vielleicht den Barbarenhammer einen hoch. Dann ist das auch auf Stufe 2. Und dann sammeln wir, um dann Athenisklinge hochzusetzen. Ich glaube, das ist die beste Variante. Seelenbeschwörung. Nice. Okay. Dann einmal speichern. Jo. Save me. Please. Save me. Früste vergessen. Oh ja, ich habe gerade gesehen, wir spielen auf leicht. Da unten stand es gerade. Hm. Wer wir hochstellen sollten. Tempel der Eural. Ach, das können wir jetzt zurückwerfen oder nicht? Hahaha. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Haha. So sind wir nämlich. Sonnenkönig. Oh. Okay. Jo. Lebensenergie brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Gehen wir auch mal weiter. Okay. Na komm. Wie ihr blockt. Wollt ihr mich jetzt verorschen oder was? Schluss jetzt hier. Oh, ich gehe jetzt nach unten. Na, wollen wir mal. Ähm. Okay. Was? Wer spricht denn da? Na, mach. Komm mal. der wird immer wissen ja und du mal er nun vermöbel dich mit einer eigenen aber schon der nächste aber wir haben doch hier genau sehr gut nice ich weiß übrigens sehr dass man diese fähigkeit jetzt öfter einsetzen kann dafür brauchen wir gar nichts außer vielleicht eine kiste mit einer feder das wäre ganz fantastisch aber ich glaube die finden wir hier nicht ne 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 hier ist auch nix hier ist auch nix naja komm wobei ich lass die mal stehen manchmal kommt man ja auch hier wieder zurück und dann braucht man die vielleicht guck mal da oben oh yeah ich hab ein Stück auf Skandal was bist du denn für ein Arschloch oh er wird zu sterben haha er wird zu sterben noch lacht doch aber er wird zu sterben huuuu wunderbar ah ihr kackt wie hier so das wär jetzt der Aufzug den wir eigentlich gebrauchen könnten oh ruckel 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 ja ja dann würde ich mal sagen in der nächsten Folge holen wir uns den Knüppel zurück ne um den Aufzug zu bedienen dankeschön fürs zuschauen sorry doch mal dass die Folge gestern ausgefallen ist und äh ich würde mich freuen wenn ihr morgen Abend wieder mit dabei seid ne bei let's play god of war so macht's gut bis dann wieder und tschu Tschüss.